Die Atmosphäre in unserem Wohnzimmer ist der Grund, alles zu geben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es mir und dem Team bedeutet, wenn ihr lauter und lauter werdet. Danke, dass ihr unsere Halle in so einen besonderen Ort verwandelt. Ich werde nächste Saison genau hier sein. Wo willst du sein? Hier? Hier? Oder hier? Oder vielleicht hier? Ich weiß nicht, wo du sitzen willst, aber ich werde dich hören. 1-1! Hol dir jetzt deine Dauerkarte. Das Team freut sich auf dich. Ah!